Ausschnitte aus dem erregenden, spannenden und aktuellen Kriminalfilm M, den der Regisseur Fritz Lang für die Nero-Produktion geschaffen hat. Die Handlung dieses einzigartigen Kriminalfilms ist von atemberaubender Explosivität, spannungsgeladen von Anfang bis Ende. Das Resultat, bitte. Das Resultat. Ich komme nämlich vom Finanzamt. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte, der Millionen Menschen einer Stadt terrorisiert? Wo verbirgt er sich? Wie sieht er aus? Wer ist der Mörder? Jeder kann es sein. Jeder ist verdächtig. Du bist wohl verrückt, du Schweinskerl! M, das Meisterwerk auf dem Gebiet des Kriminalfilms mit Otto Wernicke. Hören Sie mal bloß auf von der Mitarbeit des Publikums. Gustav Grünkens. Meine Herren, wenn ich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stelle, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Theodor Loos. Lassen Sie mal ein Wächter reinkommen. Theo Lingen. Paul Kemp. Fritz Odemar. Ist denn schon drei Uhr? Peter Lorre. Rosa Valetti. Was glauben Sie, was die hier alle für eine Stinkwut auf den Kerl haben? Friedrich Gnaas. Wann meinst du? Ich weiß wohl nicht, Herr Kommissar. M, ein Film, den jeder gesehen haben muss. Wir zeigen diesen spannenden Kriminalfilm demnächst in diesem Theater. Ab! P devastating! Ja. Ich immer noch ein Film, ist das wahrscheinlich 이런growthbag.